Warum ist das nur so schiefgegangen? Ich weiß nicht Zwischen uns beiden... ... war nichts und wird nie was sein Ah! Du wolltest doch auch nur mit mir schlafen, damit du an die Brüche gehst, oder? Ja, ja, danke, danke, mir brauch ich nicht Was wird denn der Dekant dazu sagen? Robin? Was wird denn jetzt aus uns? Musik Forbidden love Go straight to your heart And I can't stand the pain When I call out your name Forbidden love Go straight to your heart And your soul Losing control Forbidden love Go straight to your heart Ich liebe dich Aber zwei Jahre länger halte ich das nicht aus Dann ist es vorbei? Robin, wieso willst du Schluss machen? Wir lieben uns doch Genau, das ist doch der Punkt. Ich liebe dich so sehr, dass ich... dass ich einfach nicht länger ohne dich sein kann Im Sommer... da habe ich einen Monat frei, dann können wir wegfahren Außerdem... wir können telefonieren, mailen Ich schaff so eine Fernbeziehung nicht mehr Bisher haben wir es auch geschafft Ja, da waren es drei Monate, jetzt sind es zwei Jahre Also glaubst du nicht, dass unsere Liebe stark genug dafür ist? Wir haben alles versucht, aber ich glaube, es war nicht genug Ähm, und kommen Carla und Ansgar denn später auch? Aha Okay Bis dann Jetzt bleibst du doch auf Königsbrunnen Ja Das war ja eigentlich anders geplant Ich kann eben nur schlecht Nein sagen Und mir erzählst du die ganze Zeit, du willst auf jeden Fall zurück nach Amerika? Ich dachte auch wirklich, dass es das Beste sei Ja, und wie stellst du dir das jetzt vor? Vielleicht ist es am besten, wenn wir uns erstmal nicht über den Weg laufen Na, klar, kein Problem. Das Schloss ist ja groß genug und zu den Mahlzeiten erscheinen wir einfach abwechselnd Ich denke, das wird niemandem auffallen Ich bitte dich, Cecile. Lass uns doch vernünftig darüber reden Okay Dann sag du mir, wie das hier in Zukunft funktionieren soll Wir sind doch beide erwachsene Menschen Und haben unsere Gefühle im Griff, ja? Ja, ganz genau Ja, ich muss dann jetzt wirklich los Nein! Ich! Keine Zicken, dann verschiebe ich nichts, okay? Ich schieße das doch mal! Gartenarbeit ist gut für die Figur, habe ich gehört Sollen wir etwas graben? Wir sollen unser eigenes Grab schaufeln Ich bin's. Alles gut Ich habe mir gedacht, nach der ganzen Aufregung könntest du ein paar Vitamine ganz gut vertragen Danke Danke Dir geht's nicht gut? Doch, doch, alles Bestens Mir fällt dir nur die Decke auf dem Kopf Ich weiß, aber nach der Entführung sollten wir vorsichtig sein Ich habe keine Lust, ewig hier rumzurocken Ich muss hier raus Wo willst denn du hin? In die WG Doch nicht etwa zu Lars Was soll das werden? Ein Verhör? Davon hatte ich mehr als genug in der letzten Zeit Vanessa, ich mache mir Sorgen um dich! Der Kerl nutzt dich doch nur aus! Ich will nicht zu Lars! Sondern zu Alexa Sie ist gerade auf Besuch Na schön Ja, dann bis später Äh, warte! Ich habe doch noch was für dich Hier, der wird in Karls Wagen gefunden, ein Brief an den Dekan, der ist doch bestimmt von dir Was machst denn du hier so ganz alleine? Ich verabschiede mich von meiner Eisdiele So viel Schokoladeneis? Das isst du doch nur, wenn du Frust hast Quatsch Lässt du müssen weg, du kannst da auch einen Löffel holen Oh nein! Danke! Sei mir nicht böse, aber ich kann kein Eis mehr sehen Ich eigentlich auch nicht Ja War eine schöne Zeit Nicht erfolgreich, aber schön Das Blu-Eis wird weiterleben Wenn auch als Club Mann, ich freue mich schon so sehr drauf Ist Robin immer noch sauer, dass du den Laden dicht machen willst? Ach was! Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja Ich möchte gern heute Abend kochen Kannst du vielleicht allen Bescheid sagen? Ja, klar Und vergiss Vanessa nicht Nach all dem, was sie durchgemacht hat, kann sie ein bisschen Aufmunterung gebrauchen Ich weiß nicht, ist es nicht besser, wenn wir unter uns bleiben? Felix, ich will darüber jetzt echt nicht diskutieren Okay Hier, das ist ein echt geiler Song, pass mal auf Okay Hey! Alexa, was ist los? Hey Mit dem Song haben Robin und ich den Tanzmarathon gewonnen Und jetzt? Was ist aus zwischen euch? Wir haben uns getrennt Felix Es tut so weh Ich liebe ihn so Ja, bitte Guten Tag, Frau Jones Guten Tag, Frau Flanstein Bitte nehmen Sie doch Platz Dankeschön Oh, entschuldigen Sie aber, ich habe es leider nicht geschafft, das Strategiepapier für Allmedia auszuarbeiten Wie ich sehe, hat die Arbeit für ein neues Magazin Sie aufgehalten? Ja, ja, ich sitze seit gestern an dem Layout Sie haben die ganze Nacht durchgearbeitet? Wenn man der Konkurrenz voraus sein will, dann muss man früh aufstehen. Oder am besten gar nicht schlafen Schade, eigentlich wollte ich Sie fragen, ob Sie mit zum Business-Meeting kommen wollen Sie könnten dort wichtige Kontakte für Allmedia knüpfen Ja, gerne Also, die Einladung nehme ich gern an Äh, sind Sie sicher, dass Sie sich das nach diesem Arbeitspensum zumuten wollen? So eine Chance kann ich mir noch nicht entgehen lassen Ja, gut, wie Sie meinen Das würde doch jeder tun Außerdem bin ich nun mal ein Workaholic Trotzdem ist es mitunter von Vorteil, Aufgaben auch zu delegieren Ja Mit Martin ging das gut Wir haben uns blind verstanden Er war... Entschuldigen Sie Ich bitte Sie, Frau Jones Ich glaube, ich verstehe sehr gut, was Sie bewegt Vielen Dank Aber jetzt genug davon, ich muss mich auf meine Arbeit konzentrieren Ja, gut Vielleicht können Sie trotzdem schon mal einen Blick drauf werfen? Weißt du, wo mein Auto schlüsseln ist? Mann, du könntest auch mal ein bisschen aufräumen Bleib mal locker Als Akademiker müsstest du eigentlich wissen, dass Stress ungesund ist Da sind Sie ja Ist ja schon gut Ich mach auf Ich will ja nicht, dass unser Herr Dozenten einen Herzimpark kriegt Vanessa Hallo Zusammen Komm doch rein Hi Ähm Wie geht's dir denn? Danke, prima War die Entführung nicht ziemlich hart? Egal, ist sie jetzt vorbei? Tja, ich muss doch mal los Keine Sorge, ich wollte sowieso nicht zu dir Ist Alexa da? Ja, sie ist wahrscheinlich unten noch in der Eisdiele mit Felix Ach so, dann warte ich lieber hier auf sie Ihr habt bestimmt nichts dagegen, wenn ich mir so lange einen Tee mache, oder? Ah Die Entführung scheint sie ja gut weggesteckt zu haben Ja, die ist genauso drauf wie sonst auch Zumindest tut sie so Ist du immer noch im Büro? Ja, leider Es wird auch noch eine Weile dauern Zum Meeting werde ich auch später kommen Aha Sag mal, könntest du David vorbeischicken? Er müsste was für mich erledigen Oh, der ist unterwegs zum Flughafen Einen Geschäftspartner abholen Kann denn nicht jemand anderes? Im Moment sind alle unterwegs Es geht doch nur um Leonards Stethoskop Er hat es hier vergessen und braucht es dringend in der Klinik Kann ihm denn in der Klinik keiner eins berugen? Er sagt, Ärzte sind da eigen Ja, dann... ...must es ihm halt selber vorbeibringen Ja Sieht ganz so aus Ich bitte mein Liebling Okay, bis dann Und arbeite nicht so lange Ah, verzeihen Sie Wo waren wir stehen geblieben? Ja... Wollen Sie nicht lieber gehen? Es ist mir gar nicht recht, dass Sie meinetwegen Ihre Familie vernachlässigen Machen Sie sich darüber mal keine Gedanken Gut Ja, dann sollten wir gleich in Medias Res gehen Bitte Für das erste Jahr Für das erste Jahr stelle ich mir folgende Strategie vor Die meisten Medien haben ja im Zentrum ihrer Konzentration die Kernzielgruppe Und vernachlässigen dabei wichtige andere Entscheider Sag mir lieber, was ich jetzt tun soll Glaubst du denn, dass sie dich immer noch wegen sexueller Nötigung diffamieren will, ja? Vor der Entführung war das jedenfalls ihr Plan Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein traumatisches Erlebnis spurlos an einem vorüber geht Genau das weiß ich eben nicht Was hat sie denn für einen Eindruck auf dich gemacht? Als ob sie im Urlaub war, total cool Naja, das kann Fassade sein, auch wenn sie noch so abgebrüht tut, glaube nicht, dass ihr das nicht unter die Haut gegangen ist Umso alarmierender, wenn sie sich von mir nichts anmerken lässt Inwiefern? Das könnte bedeuten, dass sie mich immer noch anschwärzen will Ja, dann wirst du es nur erfahren, wenn du das Gespräch nochmal mit dir suchst Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Bisher lief das immer schief Ja, du sollst auch nicht als Dozent mit dir sprechen oder als Mann, sondern als Freund Als jemand, der genauso verletzlich und sensibel ist, wie sie selbst Also wirklich das funktioniert? Ja, wenn du es einfühlsam und behutsam angehst Das ist die Sprache, die wir Frauen verstehen Wie geht's dir denn jetzt so? Ehrlich gesagt nicht so prickelnd Aber jetzt, wo du hier bist, geht es mir gleich viel besser Hm, was meinst du? Fertig, ja? Ja! Okay, hilfst du mir? Klar Geht's? Geht's Voila, der Nachtisch! Mousse au Chocolat Ich habe schon befürchtet, es gibt wieder Eis Hätte ich das gewusst, hätte ich bei den Nudeln nicht so reingemauen Tja Hm, ist das lecker! Dankeschön Das Rezept musst du mir unbedingt mitgeben für die Schlossküche Ach, Robin! Machst du etwa keinen Mousse? Doch, doch Alexa, Jana, musst du unbedingt das Rezept geben? Macho, Koch gefällig selber Aber jetzt verrat uns doch mal, womit wir dieses Festessen verdient haben Ja, ich hatte Lust, einfach mal für euch alle zu kochen Aber nicht, dass du dich vor deinem Abschiedsessen drücken willst Das war dein Abschiedsessen, stimmt's? Alexa? Ich dachte, du fährst erst in ein paar Tagen Nein, Felix hat recht, ich flieg heute Abend schon zurück Hallo Entschuldigung, ich suche Dr. Lahnstein Ach, der neue? Ja Ah, ich sehe, da kommt er gerade, danke Hallo Hallo, Cecile Und die konnten dir hier im Krankenhaus wirklich keins leihen, ja? Ja, das Stethoskop ist so eine Art Talisman, das hat mir Dr. Ross damals in Chicago geschenkt Aha Frau, meine Arten, bitte helfen Sie mir Ich bin Dr. Lahnstein, was ist passiert? Mein Auto hat Lilly angefahren Schwester, wir haben einen Notfall, bereiten Sie alles vor Und dieses Schwein ist einfach weitergefahren Wann ist das passiert? Bei etwa drei Minuten, nicht weit von hier Passen Sie auf, wir bringen Sie jetzt erstmal in den OP und werden Sie da stabilisieren Sie wird doch wieder gesund Ja, wir werden alles tun, was in unserer Macht steht Und Sie warten bitte hier Dr. Lahnstein wird dir helfen Weil deswegen hast du nicht so schnell fahren müssen Ja, ich wollte es uns nicht noch schwerer machen Robin, ich hoffe, du kannst meine Entscheidung irgendwann akzeptieren Ich wünsche dir alles Glück der Welt Pass auf dich auf Ja, ich... also macht's gut, ja? Ach, Alexa Ach, du fehlst mir jetzt schon Du wirst es allen zeigen, das weiß ich Ist gut? Mhm Nicht, dass du uns vergisst, wenn du reich und berühmt geworden bist Nein Alexa, dein Taxi Ja Ich muss jetzt wirklich los Vorsicht, bitte! Das sieht nicht gut aus Warten Sie, wie haben Sie das gemeint? Wie geht es meiner Tochter? Tut mir leid, aber da habe ich keine Auskunft. Aber Lilly wird doch wieder gesund. Geben Sie die Hoffnung nicht auf. Ich, ich hole Ihnen einen Tee, der wird Ihnen sicher gut tun. Ich will keinen Tee. Ich will nur, dass meine kleine Lilly wieder gesund wird. Sie hat doch morgen Geburtstag. Wie alt wird sie denn? Sechs. Sie hat sich schon so darauf gefreut. Sie kommt nämlich in diesem Sommer in die Schule. Bis dahin wird sie sicher wieder gesund sein. Haben Sie... Ja. Ganz bestimmt. Lilly, sie ist einfach losgerannt. Wenn ich doch besser aufgepasst hätte, vielleicht wäre dann alles nicht passiert. Machen Sie sich keine Vorwürfe. Ich wünsche dir auch viel Glück. Ich wünsche dir auch viel Glück. Zum Flughafen, bitte. Warum hat Alexa mir denn nicht erzählt, dass sie sich von Robin getrennt hat? Naja, ich glaube, sie musste das erst mal selbst verkraften. Ja, aber diese Welttournee, das ist ja auch die Mega-Chance für sie. Ich kann verstehen, dass sie sich dafür entschieden hat. Ja, und so eine Fernbeziehung, bei so einer Distanz, das wäre sicher nicht gut gegangen. Hi. Hi. Kann ich dich mal kurz sprechen? Bitte. Na schön. Bing-a-moon is on its way None of you stands so dope Bing-a-moon, and I get you all into bing-a-moon I live bing-a-moon Bing-a-moon Bing-a-moon, bing-a-moon Bing-a-moon Bing-a-moon, bing-a-moon Ich will mich bei dir entschuldigen Mir ist klar geworden, dass ich dich ziemlich verletzt haben muss Ich habe einfach nicht geglaubt, dass du dich wirklich in mich verliebt hast. Sonst wäre ich doch nicht so... ... so rücksichtslos mit dir umgegangen Ja, was soll's. Vergessen wir es Bist du sicher? Naja... war da nur so eine Tendelei, oder? Die... die Arbeit in der Uni bedeutet mir wirklich sehr viel ... und wenn du deine Drohungen wahr machst ... und ich wieder meinen Job verliere Nein... ... ganz ehrlich ... hast du immer noch vor, mich anzuzeigen? Und? Es ist alles gut gegangen Oh Gott sei Dank Ja, aber wir müssen sie noch eine ganze Weile hier behalten Fühlt sie denn wieder ganz gesund? Ja Machen Sie sich keine Sorgen, sie hat nochmal richtig Glück an Oh... Ohne ihre Hilfe hätte ich das Ganze nicht durchgestanden Ich weiß gar nicht, wie ich ihnen beiden danken soll Ich bin wirklich froh, dass du so einsichtig bist Schon gut Ich habe einen Fehler gemacht Ich hätte niemals eine Affäre mit dir anfangen dürfen Dass ich die Prüfungsaufgaben geklaut habe, war auch nicht korrekt Dann sind wir hier sehr quitt Das mit der Entführung Das tut mir leid Wenn du mit jemandem darüber reden möchtest, dann... Das war die Halle Ich habe... ich habe Albträume jede Nacht Bitte, du musst mir helfen Ich lasse mich jetzt nicht allein Und so geht es weiter Scharf, ne? Sie oder die Musik? Beides Fürbidden Fürbidden Forbidden Fürbidden Fürbidden Fürbidden